Ja Freunde und Damen und Herren, herzlich willkommen bei meinem Kanal MeinFC. Gerade eben bekannte Raphael Zichos wechselt vom 1. FC Köln zu Chicago Fires. Was soll ich sagen? Für mich persönlich ein Glücksgriff. Also ich habe ja nichts gegen Raphael Zichos. Ich finde auch, dass er gute Leistung für uns getan hat. Ich bin dankbar für die Zeit, die er bei uns war. Es ist ja nicht so, dass ich ihn schlecht gerät habe, sondern ich habe viel von ihm gehalten. Ich habe einfach nur gesagt, für die Bundeswehr reicht das einfach nicht. Er ist einfach nicht mehr stabil. Er ist zu langsam, zu viel Fehler. Dass er für mich einfach nicht dieser Abwehrchef ist, den er sein könnte oder soll. Und deswegen finde ich einfach, auch wenn es jetzt vielleicht fies klingt, ist das für uns ein Segen, Raphael Zichos nach Chicago abzugehen. Ich weiß jetzt nicht, was wir für ihn bekommen haben. Zichos kam zu uns 2018 für 1,8 Millionen, meine ich, von Holzen Kiel. War damals auch einer der wichtigsten Spieler für den Aufstieg. Hat hinten durchgehalten. Das erste Jahr neben Bono fand ich ihn auch ganz okay. Aber man hat auch gemerkt, wo Bono weg war und er die Mehrverantwortung hatte, war er einfach nicht der Abwehrchef, den er sein sollte, sage ich mal. Ich bin froh, dass wir damit momentan drei talentierte Abwehrspiele haben mit Mere, Kylian und Hübers. Und ja, ich bin der Meinung, wir müssen nicht unbedingt nachlegen. Aber die Möglichkeit besteht. Man kann aber auch sagen, wir geben vielleicht tatsächlich nochmal die Chance, dass er als vierter Abwehrspieler wieder hochrückt. Ansonsten finde ich, wenn man einen Ersatz holt, dann muss das wirklich einer sein, der Verantwortung übernimmt. Es bringt keinen Einspieler zu holen, wo man sagt, er könnte vielleicht den Durchbruch schaffen. Da finde ich einfach, da haben wir gute Talente mit drei Stück. Ansonsten kann man eigentlich das Ganze so stehen lassen. Ich bleibe halt der Meinung, es ist kein Spiel, wo sie sagen könnten, zum Glück hatten wir zig Schuss in der Abwehr. Und ich glaube, auch wenn es fies klingt, werden wir mehr Stabilität in der Abwehr kriegen, weil ich der Meinung bin, er hat viel zu viele Fehler gemacht. Er war immer ein Punkt, wo ich sage, er steht nicht richtig. Klar versucht er, den Raum zu decken, aber es ist wichtig, dass du trotzdem deinen Mann deckst. Und das war für mich in letzter Zeit sehr oft zu erkennen, dass er seinen Mann weglaufen gelassen hat und versucht hat, Raum zu decken, was nie was gebracht hat oder meistens nichts gebracht hat. So ist das richtig. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, für sich aus wirklich alles Gute. Ich hoffe, dass du sehr viel Erfolg hast bei den Chicagos. Wie gesagt, für mich soll das jetzt nicht so klingen, dass ich ihn nicht mochte. Ich mochte ihn wirklich, aber für mich war er einfach nicht mehr Bundesliga-tauglich. Für mich wäre er ein guter Spieler, wenn man sagen würde, wir brauchen Stabilität, wir wechseln ihn nochmal ein, wäre er für mich perfekt. Aber für mich war das einfach nicht der Abwehrchef, den er darstellen sollte. Und deswegen bin ich zum Teil froh, dass er deswegen den Wechsel jetzt bekannt gegeben hat. Praktisch ist es halt einfach nur, er hatte so nur noch ein halbes Jahr. Wie kommt das, dass man so schnell gewechselt hat? Was hat der FC dran verdient? Und hat man vielleicht auch gesagt, komm, er wechselt jetzt. Und dadurch spart man vielleicht auch Gehalt. Ich weiß jetzt auch nicht, was er verdient hat. Ist halt wieder so alles, Fragen, Fragen, Fragen. Und jetzt fängt das Karussell vielleicht an. Frage ist auch, würde Miri uns vielleicht auch noch wechseln? Bei ihm war ja auch Gerüchte, dass spanische Feindrisse haben. Sollte er wechseln, dann müssen wir auf jeden Fall nachlegen. Deswegen, ich bleibe immer noch dafür, dass ein Sané, den wir damals mal haben wollten von Hannover, inzwischen bei Schalke, ein Spieler ist, wo ich sage, der hält eine Abwehr zusammen. Ist zwar jetzt in den Jahren gekommen, aber wenn man ihn günstig kriegen könnte, wäre das für mich kein verkehrter Spieler, wo man sagt, hinten hast du wirklich einen kaufballstarken Spieler, der hinten wirklich zweikampfstark ist. Ich glaube, Tempo war bei ihm eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Von daher, wäre das jetzt ein Name, den ich jetzt so in Dunkel reinschmeißen würde. Ansonsten, wie es sagt, sonst Talente machen. Ansonsten kann ich euch auch nur sagen, wenn ihr ein Vorstellungen habt, wen würdet ihr holen, wen würdet ihr sagen, der würde vielleicht gut passen. Schreibt es in den Kommentaren. Ansonsten, an allem ein frohes neues Jahr meine ich. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid alle gesund. Und ja, weiter geht es mit meinem FC. Ich habe euch nicht vergessen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein wie immer. Peace.